Aber warte, ich mach mal kurz YouTube an ModDigger. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Im letzten Video ist mein Motorrad stillgelegt und verkauft worden. Das ist alles sehr schnell gegangen innerhalb von einem Video. Wir sind auch in einer kleinen Zeitschleife, weil die Aufnahme, die jetzt passiert, passiert bevor das Motorrad abgeholt wird von Nessla. Bedeutet, ich bin jetzt so später als im letzten... Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich die letzten Wochen, schon bevor es kaputt gegangen ist, angekündigt, dass ich ein Bike treffe mit den Leuten, die mir auf Insta folgen machen will. Und ich habe eigentlich gedacht, also ich habe wirklich gedacht, dass da so 10, 20 Leute kommen und es haben sich jetzt bei mir 60 Leute angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich 60 kommen oder ob viele große Klappe haben, aber nicht kommen oder was weiß ich. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir sind jetzt hier, also ich bin jetzt auf JohnsBike. Wir treffen uns dann bei Kaufland mit Soboissteen und Timmy. Und jetzt treffen wir uns erstmal noch mit Steve dem Krüppel und mit Eumel. Die fahren mit Auto. Und dann ist die Strecke so, dass wir uns bei einem Kaufland treffen, auf einem Parkplatz und dann zusammen kurz rein zu und dann raus zu fahren. Aber wie das jetzt am Ende funktioniert und wie das wird, je nach Menge von Motorrädern und bla, weiß ich auch noch nicht, Digga. Es wird, es wird, es kann sehr katastrophal werden, es kann chaotisch werden, ich weiß noch gar nichts. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich bin sehr gespannt und ja, mal gucken, Alter. Ja, Digga, Eumel und Steve kommen aber nicht zum Eis, Digga. Eumel ist ein bisschen sauer heute. Ach, kommen die nicht zum Eis? Essen wir alleine Eis, oder was? Ja, ja, mit einem Kollegen von mir, Digga, mit Felix. Eigentlich war mein Plan, dass ich mit Auto fahre. Also ich hätte erst, Mike hat mir angeboten, dass ich einen Roller bekomme. Den wollte ich aber nicht, weil mir das zu gefährlich geworden wäre. Und dann wollte ich eigentlich mit Auto fahren, weil ich habe einen Autoführerschein. Nur ich bin nicht versichert auf dem Auto von meiner Mom. Und deswegen fahre ich jetzt hier mit. Ach, was alles überkommt, Digga? Ja, ich weiß, das war jetzt für die YouTube-Zuschauer. Ach so. Wissen die überhaupt, wer Mike ist? Ja, na, Mike ist der Werkstattmeisterchef. Ja, mein Helm ist heute total laut. Was ist denn hier los, Alter? Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Bei mir auch. Irgendwie kommt durch meinen Helm an der Seite kommt Luft durch, wo das... Guck mal, Digga, hier sind immer noch die Dinger vom Unfall, Alter. Die Markierungen und die, ja, und die Bremsspur. Ist das da auch? Die ist aber nicht vom Unfall, ne? Das da, ne. Doch. Doch, ist das vom Unfall? Ja, ja. Oh, Mann, Alter. Ey, ich habe heute auch wieder Kontaktlinsen drin. Und nachdem meine letzten Kontaktlinsen ja gerissen sind und kaputt sind, habe ich jetzt neue Monatslinsen bekommen. Und, oh, oh, die Füße, Digga. Digga, bist du so fußfädig oder was? Nee, aber das sind schöne Füße, sage ich dir ehrlich. Ah, Digga. Auch, Digga, die Leute wirklich, die denken auch, ich habe einen Hörschaden oder so. Junge, ich habe jetzt schon vier Clips auf TikTok, wo du mich einfach straight ignoriert hast. Ja, Junge, aber immer im Seh... Ich schwöre, das liegt am Sehner, weil... Weil wir mit vielen Leuten sind. Ich habe halt ein 20-Ess-Bruder und das ist, glaube ich, überfordert. Und manchmal höre ich dich nicht. Das ist doch aber gut. Ich esse jetzt auch kein Eis, Bruder, weil wenn ich ein Eis esse, kotze ich, glaube ich, wenn wir da sind, weil ich bin schon echt aufgeregt. Das sage ich dir ehrlich. Digga, die Mutter von Liam kommt auch einfach. Das ist so... Die bringt auch noch Leute mit. Ja, die bringt auch Leute mit, ja. Ey, wir müssen mal, wenn du Zeit hast, oder ich frage auch mal, ähm, finde ich, ob er irgendwann Zeit hat. Digga, ich muss jetzt eine Schutzkleidung kaufen. Ich habe jetzt genug Geld. Was denn? Ach, vom Geburtstag, Digga? Ja, genau. Insgesamt, wie viel hast du jetzt insgesamt? Für die Schutzkleidung? Ja. Hätte ich ja... Wo ich gesagt hätte, die würde ich ausgeben. Also für Schutzkleidung, Schuhe und Handschuhe. Ah, können wir da locker was zusammenstellen, Digga. Also ich brauche auch was Geiles, was mich wirklich auch rettet. Und was halt bequem ist, was ich auf 100er Strecken gerne trage. So was wäre schon geil. Nicht so wie... Nicht so wie... Und auf jeden Fall eine Lederkombi, Digga. Ja, safe. Safe. Aber mal gucken. Und dann, wenn ich dann noch mir neue Handschuhe hole und neue Schuhe, bin ich auch für die L7 gewappnet und fürs Kurventraining bei der Fahrschule. Ach so, übrigens. Das wissen die YouTube-Zuschauer auch gar nicht. Ich habe ja mein Kurvenproblem und ich hatte jetzt... Das habt ihr aber alles nicht gesehen, weil ich das alles privat gemacht hatte. Habe ich privat auch Kurven geübt und Kreisverkehr gefahren und all sowas. Konnte es aber immer noch nicht gut. Aber schon besser auf jeden Fall. Und die Angst ist so ein bisschen geschwunden, bin ich der Meinung. Und jetzt habe ich mich bei einer Fahrschule angemeldet, wo der Fahrlehrer auch ADAC-Trainings macht. ADAC-Kurventrainings, ne? Nein, nicht ADAC, aber Hufentraining, halt. Hufentraining, ja. Auf Rennstrecken. Genau. Der veranstaltet die richtig und macht die richtig. Und der wurde mir auch empfohlen von ganz vielen Leuten und von unserem Werkstattmeister. Und da gehe ich jetzt hin und ich werde ihm auch ganz klar sagen, ich bezahle lieber mehr und mache lieber zwei, drei Stunden mehr und weiß dafür, wie es geht und wie ich die Maschine beherrsche und bla, anstatt wieder so zu verkacken, wie das letzte Mal. Weil ich will es wirklich lernen. Ich habe wirklich Lust. Dann gucke ich mal, Fahrschulmotorräder sind MT-07, dass ich die beherrsche und dass ich mich mit der S7 dann erstmal langsam rantaste, dann erstmal ein Kurventraining mache und dann erst Kurven fahre auf öffentlichen Straßen. Und dann noch vorsichtig. Weil, Digga, sowas wie nochmal, äh, wie letztes Mal, so eine Dummheit, die soll mir nicht nochmal passieren. Also Dummheit und nicht können. Oh, Bruder. Felix war damals in der Gruppe von Jungs, mit denen ich gar nicht zurechtgekommen bin. Sag ich dir auch, wie es ist. Das könnte jetzt teilweise unangenehm werden. Ich glaube, auch Felix hat nicht so viel von mir gehalten damals. Aber mal gucken. Wussten die Leute in deiner Klasse, dass du ja YouTube machst? Nö, nö. Also das ist ja mir ja wirklich ein bisschen zu unangenehm geworden. Ich werde mal die GoPro erstmal ausmachen, dass sie nicht überhitzt, weil es ist ja heiß. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Wir sehen Eumel und Liam und Steve doch erst später. Mein Vater hat ja auch eine Harley. Ach recht? War ich da auch schon mit drauf. Und das ist ja unbeschreitlich. Ey, Digga, das Gefühl, auf Motorrädern rauszusetzen, ist an sich anders. Es geht los. Es sind schon sechs Leute beim Spot. Jetzt sind sechs Leute beim Spot. Es war sehr gut, ich habe keins gegessen. Und sechs Leute sind schon da. Und es ist 20 Minuten vor Treffpunkt. Wir treffen uns 15 Uhr. 15.45 Uhr ist Abfahrt. Und damit wir noch Zeit haben, alles zu klären. Dann mach's schon mal gut, Felix. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns irgendwann. Ja, Steve ist schon da, deswegen wissen wir das. Und Sebastian auch. Und die stehen da wirklich schon zu sechs. Achso, ja, ich lebe mit meiner Kamera. Und deswegen mal gucken, wie so, Digga, ich bin nicht aufgeregt. Ich kann uns gar nicht einschätzen, was jetzt passiert. Das wird so krank. Das wird so geisteskrank. Ich komme rauf, ja? Wie ein Mädchen. Digga, dass schon sechs Leute da sind, das ist echt krank. Die können das, Digga. Sind alle von uns, Digga. Achso, sind, achso. Also, es ist Erik, Eumel, Steve, Sebastian und noch ein anderer Homie von mir und Erik. Ja, na, mal gucken. Ich bin, ich bin ganz gespannt. Ich kann mir, also, wenn es wirklich so viele werden, wird es ja geisteskrank. Ja, das wird cool. Ich werde angerufen. Ja? Der? Ja? Ich komme nicht. Was? Meine Maschine springt nicht an. Das ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Ey, hast du schon mal versucht, anzuschieben und Kupplung kommen zu lassen im ersten Gang? Ja, dann habe ich angeschoben, dann ist sie angegangen, dann habe ich erst Gang reingelegt, wollte Gas geben und ist sie wieder ausgegangen. Okay, das klingt ja gar nicht gut, Digga. Hast du schon deinen Vater gefragt, was es sein könnte? Ja, er meinte Batterie, aber... Oh, also, kommst du wirklich nicht? Nee. Ich vermisse dich jetzt schon, Timmy. Ja, trotzdem, viel Spaß euch, ja. Echt jetzt? Ja, ich verarsch dich nicht. Das geht nicht. Okay. Ja, gleich, gleich. Ja, okay, Timmy. Dann mach's gut. Aber wenn du wieder fahren kannst, sagst du Bescheid, weil Dienstag fahren wir auch nochmal, wenn du mitkommen willst, wenn es bis dahin besser wird. Nächste Woche Dienstag. Nee, ja, also, jetzt der Dienstag, der kommt jetzt, ja. Ja, und wenn du ein Batterienradgerät brauchst, ruf mich an, ich hab eins zu Hause, falls du eins brauchst. Auch für Motorräder direkt. Ja, für Motorradbatter. Ja, nee, alles gut. Ich glaub, ich glaub, das passt schon, wir kriegen das irgendwie hin, aber... Okay. Ist halt jetzt der Kacke. Ja, ist Kacke, definitiv. Ja, halt mich auf dem Laufenden, Digga. Okay, dann bis hoffentlich Dienstag, Timmy. Alles gut. Ich, ich nehm dich mit. Ja, sehr gut. Okay, tschüss. Hat nicht mal tschüss gesagt. Hörst du mich wieder? Jetzt hörst du mich wieder? Was haben die gesagt, Digga? Nee, ich hab mit Timmy telefoniert. Sein Bike springt nicht an. Geht aus, sobald er Gas gibt, geht's aus. Sein Vater meint Batterie. Ich meinte aber eigentlich, wenn er es anschiebt und Kupplung kommen lässt im ersten Gang und das Bike einmal anspringt, müsste die Batterie ja von alleine sich wieder aufladen, aber mal gucken. Er guckt jetzt, er kann aber nicht kommen, meinte er. Wenn ich aufgeregt bin, hab ich immer einen trockenen Mund und viel zu viel Speichel im Mund. Immer. Und das ist jetzt wieder. Ich hab so einen richtig trockenen Mund und so viel Speichel in meinem Mund, Digga, es ist richtig widerwärtig. Aber was ist denn das für eine Kombination trockener Mund und viel Speichel? Ja, ich versteh's auch nicht, Alter. Die Aufregung, die ich auf heute hab, ist so wie, wenn du dich als Kind auf einen Kindergeburtstag gefreut hast. So würde ich's vergleichen, Alter. Weil ich mir halt gar nicht vorstellen kann, wie das wird. Auch wie das ankommen wird, wenn wir da bei 45 über 0 ankommen, Digga. Boah. Und wenn es halt peinlich wird, weil die Leute keinen Stellplatz finden oder die einfach dumm sind, alle Dinge. Nee, wenn da keinen Platz ist, stellen wir uns draußen auf den Weg da raus. Ach, geht das auch? Okay. Na klar. Und dann, da wird sich ja auch rumsprechen, warum die da sind, weißt du? Und dann, ach, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich lass mich einfach überraschen. So am Ende, man bereut immer die Sachen, die man nicht gemacht hat und ich bin froh, dass ich das heute auch durchgezogen hab, dass das heute funktioniert. Ich fahr jetzt hier drü- Oh, ey. Hallo? Per, wann seid ihr hier? Äh, wir sind jetzt gleich da. Zehn, zehn Minuten spätestens. Sind schon ein paar Leute hier, sag ich dir. Aber John meinte nur, ihr seid da, also nur Freunde von uns. Nee. Nee? Jetzt sind aber, aber sag, wie viele Motorräder sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20 Motorräder. Echt jetzt? Ja. 20 Motorräder, sie stehen hier schon. Okay. Okay, ja, ich und John kommen jetzt, wir sind auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich, Alter. Tschüss. Dinger. Junge. John? Ja? Es sind 20 Motorräder schon da. Das ist fünf Minuten Motorräder. Alter, das wird richtig geil, Alter. Wir fahren erst, wir fahren erst, nur zur Information, wir fahren erst 15.45 Uhr los. Also so ist Losfahrt angesetzt und es sind jetzt schon fünf Minuten vor 15 Uhr. Wir kommen erst in zehn Minuten an. Ja. Und wir fahren noch hoch, Dinger. Ja, wir fahren hoch und gucken uns das vorher noch mal an. Wir haben die POV von oben. Ja. Das ist ja auch anders geil. Junge. Das ist ja so, es sind jetzt, es ist fünf Minuten vor eigentlichem Treffpunkt. Das ist so geil, Alter. Junge, weißt du, ihr tut mir so leid, dass ihr keinen Bike habt, ne? Das ist echt hart. Also da würde ich ja gerne mit Bike auftauchen. Oh. Ich hatte jetzt ganz oft Cam-Abbrüche, das habt ihr in den Videos gesehen. Und ich habe jetzt Speicherkarte und Akku mal ausgetauscht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es da dran lag. Und heute ist im Prinzip der erste wirklich richtige Testlauf mit der Cam. Es sind jetzt schon 20 Motorräder. Ich kann mir das Bild gar nicht vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass 20 Leute ihren Sonntagvormittag dafür aufgeben, um heute zu einem Motorradtreffen zu fahren, wegen mir irgendwo teilweise. Also nicht nur wegen mir, ne, ist klar. Aber weißt du, wie ich meine? Ja, ey, ey, die kommt doch. Die sind doch unsere, oder? Ne, 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 ne. Aber die kann auch selbst von uns, Digga. Also kann mir gut vorstellen, dass die kommt. Ich will eben gerade, meine Vorfreude im Bauch ist gerade so, ich habe so richtige Schmetterlinge im Bauch, so würde ich es nennen. So richtig so, Bruder, was ist da jetzt? Wie wird das? Also ich weiß auf jeden Fall, wer noch kommt, ist, da kommt noch irgendeiner, der streamt es auf Twitch auch. Digga, ich kann gar nicht, ich kann die Emotionen, oder die Emotionen, es ist gerade so eine Aufregung, wie als hättest du so eine Veranstaltung vor irgendwelchen Fremden, die du so, ich weiß es nicht, Digga, es ist ganz komisch, Alter. Wir sind jetzt, wir sind jetzt die Lüte im Fernsehen. Guck mal, guck mal. Oh nein, Digga. Oh geil, Digga, geil, 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 geil. Ey, wir fahren jetzt erst mal hoch, ne, Alter. Ja, ja. Ja, ich bin recht aufgeregt, Alter. Ich glaube, ich bin auch richtig aufgeregt, Digga. Das wird so geisteskrank. Digga. Der hat safe zu uns gehört gerade eben, wenn ich zu fahren ist. Ich kann mir das gerade noch gar nicht freuen. Oh nein, wir können nicht hochfahren. Oh nein, das ist zu. Scheiße. Oh Gott. Ja, okay. Ey, fahren wir von hier oder von hier? Weiß ich doch nicht, weil du, du bist Fahrer, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht. Also ich kann meine, die Emotionen sind gerade so unbeschreiblich, die ich habe, weil die warten jetzt gerade auch auf uns. Also, weißt du, wie ich meine? Wir sind voll den Umweg gefahren, Digga. Egal, egal, alles gut. Das wird so krank. Bruder, pass bloß auf, dass wir uns hier nicht legen, Digga. Das wäre jetzt echt peinlich. Achtung, was? Benimm dich, benimm dich. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Verast mich. Verast mich. Verast mich. Oh Mann! Und dann, wenn es richtig los geht? Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Du verarschst mich.